So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu World's Dawn. Ja, wir haben den Auftrag bekommen, hier ein Rezept zu kochen und ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie das Rezept funktioniert oder wo man es herbekommt. Aber das stört mich jetzt nicht, Freude. Was? Sein linkes Bein ist verletzt, sollte aber nicht so lange hier nachts aus... Oh, Amber. Erinner. Genau, wir haben ja hier dieses Villager Primer bekommen und da können wir jetzt theoretisch... Guck mal, Madison mag. Bruthever Organic Green and Herbal Mix. Mal sehen, was Annabelle mag. Annabelle ist mehr so für... Schokoladen, Kekse, heiße Milch und Eloquent Iris. Das sieht nach einer Blume aus. Getränk? Ich weiß nicht, was das sein soll. Sie mag Kekse und Milch, das ist schon mal gut. Und unten ist eine längere Beschreibung von ihr. Sie ist reserviert, freundlich, glaube ich, polite und introvertiert. Also hat nicht viel mit anderen Menschen zu tun. Jemand, der lieber ruhige Abende mag als laute, aktive Nächte. Anabelle mag lesen und schreiben und liebt die friedliche, poetische Natur von Sugar Blossom. Gefällt mir. Wir haben ein Herzchen bei ihr. Das scheint nicht schlecht zu sein. Da müssen wir jetzt mal gucken. Die haben wir aber bei allen. Das Rainbow Ribbon könnten auch falschrumme Bunnies sein. Ah, sie ist ein bisschen einfacher zu überzeugen, dass man sie mag. Sie mag frische Eier, gute Milch und wilde... Äh, wilde... Ne? Wilde Pilze. Aber das soll mich nicht stören. Ich habe mich auf Annabelle festgeläscht. Und sie wird uns auch irgendwann verraten, was sie mag. Und vielleicht ist das dann was ganz Einfaches, was man locker holen kann. Ja. Haha, geerntet. Wir scheinen mit einer Gießkanne sieben Felder weit zu kommen. Angenommen, wir gießen nichts doppelt. Oh, wir sollten uns auf jeden Fall erstmal eine Stunde hinsetzen. Sonst kippen wir gleich bewusstlos um. Beziehungsweise gehen bewusstlos nach Hause. Können wir uns nicht mehr dagegen wehren. Das Geile ist, wir haben uns heute extra Saat gekauft. Um möglichst früh anpflanzen zu können. Und... Haben jetzt weder Energie noch Zeit, um weiter anzupflanzen. Ja, in 20 Minuten wäre Ende gewesen, aber... Energie ist auch schon leer. Ja, komm, legt die Kante weg. Home-Shopping ist nichts für mich. Danke. Nächster Versuch. Mit Alexander ein Interview. Er liebt gute Witze. Warum ist der Kalender so depressiv? Weiß ich nicht. Weil seine Tage gezählt sind. Haha. Sein Lieblingsessen ist der... Festliche Fruchtkuchen. Und seine Lieblingsperson ist... Seine wundervolle Frau Mono. Springmarkt. Ja, das Wetter ist heute okay. Wir können unseren Hund füttern, habe ich gehört. Und wieder eine Unterbrechung. Nein, wir dürfen... Boah, geil. Wir dürfen uns mal bewegen, wenn wir aus der Tür rausgehen. So. Es war so klar, dass es nicht reicht, wenn wir haufenweise gut Gemüse haben werden. Gut, dass wir gleich 10 gekauft haben. Watering can is empty. Und dann, wenn wir sowieso schon hier rumstehen. Und natürlich muss heute der Laden zu sein. Und dann, wenn wir das nicht richtig laufen. Okay, wir schlafen gleich ein. Es ist 8 Uhr morgens und wir sind schüttlicher Chef. Dann setzen wir uns doch erst mal zwei Stunden hin. Hm, Watering Hand ist empty. Ha, das ist ja nicht gewachsen. Egal, das wird jetzt alles etwas durchorganisierter. Ich würde gerne die Wasserkanne weglegen. Und wir brauchen im Prinzip acht neue Sachen. Aber heute ist Markttag, deswegen hat nichts anderes offen. Ja, komm, wenn wir schon so erschöpft sind. Die Historie drauf und... Oh, Spiellaune, okay. Jetzt kann ich mir leben. Ah, Trauben. Schlumme. Ich finde es schade, dass sie da oben nicht 13 Uhr draus gemacht hat. Das würde Verwirrung verhindern. Wir haben uns immer noch nicht umgezogen, wa? Die blauen Blumen nehmen wir auf den Rückweg mit. Auf zum Markt. Vielleicht können wir da irgendwas jetzt sinnvoll verkaufen. Ui. Die Saison-Märkte sind die... Sind das Beste an Sugar Blossom Wall-E. Es ist so eine Diskussionssache, ne? Es ist wunderbar zu sehen, wie alle zusammenkommen und den... Also, alle in dem Geist des Frühlingsvereins zu sehen. Es ist viel Arbeit, die Marktstelle aufzubauen. Aber Dimitri geht mir normalerweise zur Hand. Und dann hat natürlich auch jeder Spaß an dem Fest. Hallo, Markt... Äh, Badame. Äh, Markt ist immer lustig, weil so viele von uns an einem Platz versammelt sind. Die ganze Stadt... Sammelt sich nie so außerhalb von Festivals. Äh... Die nördliche Stadt, wo Cole und ich aufgewachsen sind, hatte... Äh... Ähnliche Märkte. Ähm... Aber wir konnten sie natürlich nicht draußen halten. So viel Schnee... Wie den Boden zur Springzeit belegt hat. Also zur Frühlingszeit. Mein Mann tacht normalerweise bei diesem Markthagen nicht auf. Er sagt, er hat genug von Einkaufen und Verkaufen... Ein- und Verkaufen bei seiner Arbeit. Bloom ist normalerweise... Mit... Er hat normalerweise ziemlich gute... Gute Manieren. Ähm... Aber ich glaube, irgendwas passiert in seinem Kopf, wenn er... Ja... Süßigkeiten riecht. Ein- und Verkaufen mit dem... Such esas... Du hast meinen gesamten Vorrat erschöpft, okay! Anna hat mir Geld für Kuchen gegeben, wenn ich mich benehme. Aber wie kann ich mich benehmen bei frisch gebackenem Kuchen? Hattest du große Verkaufspartys in der Stadt, in der du aufgewachsen bist? Wir haben zwei dieser Märkte jedes Mal, jede Season oder jede Jahreszeit in Sugar Blossom. Wenn du irgendwas siehst, was du dir nicht leisten kannst, hol es dir einfach im Nächsten. Ich suche für ein nettes Stück Kunst für meine Bäckerei. Okay. Amber ist so eine talentierte Malerin. Nee. Das ist Musik. Ja. Vergennig Mist, okay. Hunter ist viel mehr risikobereit als ich, wenn es zu Lockball kommt. Festivals sind immer ein guter Weg, deinen Nachbarn kennenzulernen. Hast du… Andi, wo ist das Lose zu spüren? Indie und ich… waren gerade dabei übers Wetter zu reden oder nicht? Du solltest es riskieren. Und da ist Quint wieder. Wenn alle auf einem Platz versammelt sind, macht es die Patrouille natürlich viel einfacher für ihn. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, er muss an einer Stelle stehen. Mit Hund. Ah, Blume. Ja, ein bisschen Glück wäre gut. Ein bisschen Glück wäre gut, weil... Aus dem einfachen Grund, dass ich jetzt in die Mine gehe. Okay, es ist nichts mehr los. Wir haben alles gewässert, wir können niemanden besuchen und wir haben nichts zu verschenken. Zeit für die Mine! Ich bin, ehrlich gesagt, ein bisschen enttäuscht von dem Markt. Es gibt zwei Stände und ich kann nichts verkaufen. Die Sprache von Ein- und Verkaufen, aber mit Verkaufen war es da nicht so doll. Grabby Stone! Na? Kommen wir zum Ende der Folge noch unten an? Huh, oben? Es gibt zwei Stände. Grabby Stone! Ich bin weggemerger's! Wenn die Blume tun! Ich bin weggemer's! Oh, wie weit ist da! Ich bin weggemer's! Ich bin weggemer's! Ich bin wieder weggemer's! Drei-Ducke! jetzt gehen wir wieder hoch ich habe unterwegs zu viel zertrümmert wenn wir es zum tisch schaffen habe ich mir sogar noch eine grape rein so gut wir werden ja wohl irgendwas zu essen dabei haben damit ist die folge vorbei da sind sie wir haben wieder energie so jetzt gehe ich nachgucken ob wir schon in dem in dem pool waren das müssten wir heute eigentlich schon gewesen sein dann gehen wir steine schleifen noch mal auf unsere felder gucken und dann ist quasi vorbei andererseits ist die folge jetzt schon vorbei da ich aber wahrscheinlich nichts mehr groß tun werde außer die steine aufknacken kann man dich inzwischen sammeln gott das körper wir waren nicht am strand das ist schlecht 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 im sinne von schlecht 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 brechen wir die steine auf und dann würde ich sagen mache ich ihn kann hier nach erst mal 4 grumpy stones ein ember ein opal ok ein gleaming stone noch ein ember noch ein opal ist ok und ja dann würde ich mal sagen das fällt noch mal angucken und schlafen gehen müsst ihr nicht unbedingt sehen wir sehen uns dann im nächsten tag in der nächsten folge wieder insofern dann wirst du schon ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin wenn es tweede ık oder oder